Ich komme gerade hier vorbei und da höre ich Gesang und da ist vieles ziemlich schön. Ich meine, die können doch nie ihre Erwartungen erfüllen. Da oben, überall vibriert sie und wir können sie holen. Und alles geht bloß darum, dass wir zuhören. Dass wir auch bereit sind, sie von da oben zu holen. Den Hals weit aufmachen. Der Brustkorb, jetzt ist Platz für den Ton. Ich frage mich, worauf er aus ist. Es scheint, als ob irgendwas passiert mit uns da. Du bleibst daheim, habe ich gesagt. Hier wirst du nicht mehr lange bleiben. Geradeaus gucken, nicht umdrehen. Verdammt, ich wusste es. Oh, wie lieber war er mit, wo den Himmel ja Trude fand. Ska ich hitta da, wo den Himmel ja Trude fand. Untertitelung des ZDF, 2020